Dann gehen Sie mal bei den Husten. Ahö! Mehrere von meinen Freunden haben bei der RSR die Unfreulichkeit verloren. Darum freue ich mich auf die ganze Intimität. Gut, das reicht. Yes! Was für einen Dienst gerade hat er im Militär, wenn ich Träger darf? Der Alex ist Yogalehrer. Dein Yogi-Bär kommt in mir als Militär. Am Montag fällt der WK an. Tief! 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 Das muss der perfekteste WK werden, den wir je durchgeführt haben. Gott wird geschossen! Hat es dir ins Hirn nicht geschissen? Sorry. Sie sind ein Schand für das Bataillon! Nein, für die ganze Armee! Schaffi, Espresso! Gerne, ja. Die Schüsse hat sich gerade die Freiwilligung geholt, um den Hof zu putzen. Du bist doch nicht allein, ich bin auch noch da! Nein, der besteht! Aber... Aber doch nicht zum Spass! Ich bin übrigens hier Alex. Jessica! Das ist nicht gerade einfach als Frau, der im Klub hat. Das kannst du nicht sagen. Du bist tot! Schaffendes! Hast du dein Bataillon gehalten? Schaffendes nicht! Schaffe ich dich! Ja! Armiereform 15! Flexibilität! Bewegung! Ohm... Chegen, da ist Chase. Empt. Stay! Wirklich!